Hallo Freunde, es ist Donnerstag und wieder Zeit für die Chill-Zone. Lehnt euch entspannt zurück und lasst uns erstmal eine neue lustige Runde. Was würdet ihr lieber spielen? Würdet ihr lieber High Five geben oder einen Händedruck? Einen Händedruck? Ernsthaft? High Fives natürlich! Würdet ihr lieber auf dem Land oder im Meer leben? Ich würde voll gerne wie ein Fisch schwimmen können, im Meer wohnen wäre toll. Wärst du lieber der beste Spieler der Verlierermannschaft oder der schlechteste Spieler der Gewinnermannschaft? Das ist schwer. Ich wäre lieber gut bei etwas. Egal ob man am Ende gewinnt oder verliert, mir ist wichtig, dass ich weiß, ich habe mein Bestes gegeben und der Teamgeist da ist. Genug mit Was würdet ihr lieber für heute? Lasst uns entspannen und eine Folge Willkommen bei den Lauts schauen!